Ja, so langsam erlebst du hier ein Abenteuer nach dem anderen. Dann kommt irgendwann mal die große Reise. Mit dem Sebastian. Haben schon das gehört, grüße ich ihn raus. Ah, jetzt weiß ich wo ich bin. Hier bin ich mal hingegangen. Das sieht jetzt ganz anders aus. Hier habe ich mal eine Abmoderation gedreht. Ja, ja, doch. Das geht aber dann gleich links. Aber guck mal hier, wie krass das hier aussieht. Weil das wäre mir sowieso. Wieso müssten wir das da sein? Ein Traum von einem Tal. Hörst du schon Rauschen? So, Marcel geht jetzt mal da runter zum Wampepaar. Ja. Oha. Hier ist eigentlich. Ja. Ein Abenteuer. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin jetzt mal wieder. Ja, du bist doch Rauschen. Hä? Ich mache ja Aufgaben. Jetzt ist der Versuch. Okay. Weiter wieder los. Das wäre doch mal ein Pool, oder Marcel? Oh ja. Das wäre ein Pool. Simon, hast du mir überlegt, wie wir jetzt die Runde kommen? Einer geht vorne und holt die Kamera. Einer geht vorne und schweiß es nicht. Kann ich filmen? Ja, ja, filmen wir. Ich muss hier alles ausprobieren, was ich auch zeige. Ich dachte, du springst da rein jetzt. Das waren wir irgendwann mal. Also Daumen nach oben und dann geht der Marcel sicher mal rein baden. Das haben wir jetzt mal fest vorgenommen. Jetzt will ich voller Matsch. Gut, weiter geht's. Da macht es mir schon mit Angst. Oder ein Haus ist sogar mit Stuhl. Also dass sowas hier ist, hätte ich nicht gedacht. Schon interessant. Ja, gehen wir da hoch. Hier waren wir irgendwie elektro. Ja, gehen wir da runter, gell? Deswegen ist das sehr gefährlich. Expedition. Geh nicht richtig zur Türe, die machen wir jetzt.